Leute, die Hammerwoche ist in vollem Gange und es geht weiter Schlag auf Schlag. Die US-Wahl hätten wir mit dem wahrscheinlich besten Ausgang für Bitcoiner hinter uns gebracht und gestern hat sich dann die Fed mit der nächsten Zinsentscheidung zu Wort gemeldet. Wie erwartet gab es aber auch hier keine große Überraschung. Die Zentralbank fährt ihren Kurs weiter, die Zinsen wurden um 0,25% gesenkt und wir bewegen uns langsam aber sicher auch in den USA wieder in Richtung lockere Geldpolitik. Währenddessen macht Bitcoin gerade genau das, was er soll. Die zäh Seitwärtsphase, in der wir zuvor mehr als sieben Monate rumgedümpelt sind, scheint endgültig durchbrochen zu sein. Wir knacken täglich neue Allzeithochs und die 80, 90 oder sogar 100.000 Dollar rücken langsam aber sicher in immer greifbarer Nähe. Die Frage, die sich jetzt gerade also viele auf X und in anderen sozialen Medien stellen, ist wo bleibt der Retail? Also wann checkt der normale Michel endlich, was hier abgeht? Zurzeit sieht es nämlich immer noch so aus, als würde die Rallye hauptsächlich von Institutionen getrieben werden. Der Röst scheint immer noch tief und fest zu schlafen. Naja, zumindest nehme ich das so wahr. Vielleicht sieht es bei euch ja anders aus, aber bei mir hat sich noch keiner von meinen No-Coiner-Bekannten gemeldet und sich mal nach Bitcoin erkundigt. Was erfahrungsgemäß aber eigentlich immer passiert, wenn der Kurs neu hochs erreicht. Eigentlich krass, oder? Denn ich sage ja eigentlich immer, der Mainstream kommt dann, wenn der Fernseher sagt, dass man Bitcoin kaufen soll. Und mittlerweile sind wir ja sogar schon so weit, dass die ARD anfängt darüber zu berichten. Trump-Wetten laufen auf Hochtouren. Das sind Geldanlagen, die Nutznieße eines Sieges der Republikaner sein könnten. Der Dow Jones in New York führt bürstlich schon tausend Punkte im Plus, in Erwartung sinkender Steuern. US-Autoaktien, zum Beispiel Tesla, stark aufwärts. Und auf einem Allzeithoch die Kryptowährung Bitcoin. Denn Donald Trump hat im Wahlkampf angekündigt, eine Währungsreserve in Bitcoin anzulegen und weniger Regulierung. Naja, dann kann es ja eigentlich nicht mehr lange dauern. Ich meine, wenn die Tagesschau schon berichtet, dass die USA eventuell eine staatliche Bitcoin-Reserve anlegen will, sollte doch auch der deutsche Michel so langsam mal aufhorchen, oder? Im Bericht wird mit ein paar Stotterern und Versprechern darüber geredet, dass Donald Trump im Wahlkampf angekündigt hat, genau das zu tun. Jetzt, kurz nach seiner Wiederwahl, sind andere Politiker, wie zum Beispiel Senatorin Lammes, aber schon einen Schritt weiter. Die hat nämlich ganz aktuell einen konkreten Gesetzesentwurf eingebracht, der vorsehen würde, dass die USA im Zeitraum von fünf Jahren insgesamt eine Million Bitcoin erwerben sollte, um die Reserve aufzubauen. Hierbei sollen jedes Jahr 200.000 BTC akkumuliert werden. Tja, und das, Leute, ist schon eine richtige Bombe, die sie platzen lässt. Klar, es handelt sich dabei erst mal nur um einen Gesetzesentwurf einer Pro-Bitcoin-Senatorin. Aber wenn dieser Vorschlag wirklich so übernommen wird, ist gar nicht auszumalen, was das bedeuten würde. Ich meine, wenn wirklich die USA als größte Volkswirtschaft der Welt das erste Land ist, das aktiv Geld druckt, um Bitcoin zu akkumulieren, wie wird sich das dann auf Privatanleger, Unternehmen und andere Staaten auswirken? In meinen Augen wird in direkter Konsequenz so ziemlich jedes andere Land nachziehen müssen, wenn man nicht komplett auf der Strecke bleiben und den Einstieg in das Reserve-Asset der Zukunft verpassen will. Tja, denn irgendwann, wahrscheinlich schneller als man denkt, wird es dann zu spät sein. Hierzu habe ich gestern einen sehr guten Post auf X entdeckt. Du wirst bald etwas erleben, was kein Mensch in der Geschichte je zuvor gesehen hat. Was passiert, wenn nahezu unbegrenzte Nachfrage auf ein begrenztes Gut trifft? Bitcoin ist der erste endliche Wertspeicher der Menschheit. Egal wie groß die Nachfrage ist, man kann nicht mehr davon erzeugen. Der einzige Weg, die Nachfrage zu befriedigen, ist, den Preis so weit zu erhöhen, dass Leute bereit sind zu verkaufen. Aber es wird viel schwieriger, Leute zum Verkauf zu bewegen, wenn große Nationen anfangen, Bitcoin zu kaufen. Oder wenn es möglich wird, zuverlässig Kredite gegen Bitcoin aufzunehmen, etwa durch Institutionen wie Cantor Fitzgerald oder den eigenen Bestand durch seriöse Optionsmärkte abzusichern. All das könnte innerhalb der nächsten sechs Monate Realität werden. Wir stehen am Beginn einer neuen Ära für Bitcoin. Trump versprach, eine strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen und es gibt mehrere Personen in der Regierung, die wollen, dass die USA eine dominante Bitcoin-Position erwerben, um den Pricks-Staaten, die Gold kaufen, entgegenzuwirken. Trump hat offen darüber gesprochen, Bitcoin als Ausweg aus dem 36 Billionen Dollar Schuldenberg zu nutzen. Zwei Dinge, die sicher sind. Erstens, wenn die USA anfangen zu kaufen, werden alle anderen Länder gezwungen sein zu folgen. Zweitens, wenn das passiert, sind alle Preisprognosen und Charts plötzlich irrelevant. Ja, wenn das passiert, wird alles, was Chart-Techniker oder sonstige Glaskugelinhaber berechnet haben, ziemlich schnell irrelevant werden. Denn jetzt kann sich noch niemand vorstellen, was passiert, wenn eine so gewaltige Nachfrage auf ein total begrenztes Gut trifft. Denn das gab es einfach noch nie. Im Moment kommen jeden Tag durch das Mining 450 Coins zum Supply hinzu. Und wie wir auf diesem Chart sehen können, wird die Anzahl der Bitcoin, die noch auf Börsen liegen, von Tag zu Tag geringer. Im Moment sind es noch ca. 2,35 Millionen, aber wie man hier sieht, sind alleine in den letzten 30 Tagen fast 64.000 abgezogen und damit vom Markt entfernt worden. Von den knapp 20 Millionen Bitcoin, die zurzeit in Umlauf sind, sind also wahrscheinlich nicht einmal 3 Millionen noch liquide. Und die Anzahl von 450, die täglich dazukommen, scheint, wenn man sich nur die aktuelle Performance der ETFs anschaut, wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die haben nämlich allein gestern fast 18.000 Bitcoin im Wert von rund 1,4 Milliarden Dollar aufgesaugt. Was, wenn man hier sehen kann, seit Entstehung der Funds mit Abstand der stärkste Tag war. Naja, mal schauen, wie lange noch. Schon ohne Staaten und ohne den Mainstream-Investor, der immer noch nicht gecheckt hat, was abgeht, ist die Nachfrage nach Bitcoin gerade richtig heftig am explodieren. Und was passieren wird, wenn die noch dazukommen, beschreibt der zweite Teil des Posts von eben ziemlich gut. Die Marktkapitalisierung von Gold von etwa 17,5 Billionen Dollar ist ein offensichtliches Ziel. 850.000 Dollar pro Coin, aber das ist nur eine Zwischenstation auf einer viel größeren Reise. Warum? Weil Bitcoin denselben Zweck erfüllt, den Gold über Tausende von Jahren erfüllt hat, aber es ist in vielerlei Hinsicht deutlich überlegen. Das iPhone und ein Weltscheibentelefon sind technisch beide Telefone, richtig? Aber das iPhone ist in der heutigen Welt offensichtlich weitaus wertvoller. Ähnlich sind Bitcoin und Gold technisch beide hartes Geld- und Wertspeicher. Aber eines ist digital, endlich und kann Lichtgeschwindigkeit weltweit versendet werden, während das andere mit etwa 2% pro Jahr inflationiert, eingeschmolzen werden muss, um es verifizieren zu können und ein Flugzeug braucht, um weltweit transportiert zu werden. Gold ist kein Feind von Bitcoin, sondern ein Vorläufer, Dass Nationen sich zugunsten von Gold von Staatsschulden abwenden, ist ein Beweis dafür, dass die Welt einen stabilen, nicht staatlichen Wertspeicher braucht. Alles was zu tun muss, ist den Kurs von Bitcoin zu betrachten, um zu sehen, wo die Reise hingeht. Alles ist dafür vorbereitet, dass Bitcoin zum führenden Wertspeicher für Privatpersonen, Unternehmen, Staaten, Pensionsfonds und alle anderen wird, die Wert speichern müssen. Vielleicht solltest du dir ein wenig davon sichern, solange es noch unter 0,5 Millionen Dollar pro Coin liegt. Ja, der Tag wird kommen, an dem wir nicht mehr von 60, 70 oder 80k, sondern von 0,5, 0,6 oder 0,7 Millionen pro Bitcoin reden werden. Und wenn man sich anschaut, wie rasend schnell die Entwicklungen sich gerade überschlagen, dann wird das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so lange dauern, wie die meisten denken. Ich meine, wer hätte noch vor einem Jahr geglaubt, dass wir jetzt darüber reden, dass die USA kurz davor stehen könnte, eine massive staatliche Bitcoin-Reserve anzulegen. Ja, und wer hätte gedacht, dass Staaten wie Argentinien, die Emirate, Russland und viele weitere jetzt dabei sind, mit öffentlichen Ressourcen Bitcoin zu meinen. Wenn man sich all das mal ganz in Ruhe auf der Zunge zergehen lässt und den ganzen Lärm, der sonst noch so rumspät, ausblendet, dann ist es ja schon fast erschreckend, wo wir mittlerweile angelangt sind. Und eigentlich gar nicht zu glauben, dass man immer noch für unter 80.000 Dollar einen ganzen Bitcoin kaufen kann. In meinen Augen ist es nur eine Frage der Zeit, bis der entscheidende Dominostein fällt, der dann alles andere ins Rollen bringt. Werden es die Microsoft-Aktionäre sein, die im Dezember darüber abstimmen, ob der Megakonzern Bitcoin die Bilanz aufnehmen soll? Vielleicht ist es der Optionshandel, der bald starten wird? Oder vielleicht wird es wirklich die Tatsache sein, dass die USA anfängt, Geld zu drucken, um Bitcoin zu kaufen? Was es am Ende auch sein mag, es schwebt so viel in der Luft und irgendwann wird etwas kommen, das alle Dämme brechen lässt. Und dann kann es schnell passieren, dass alle Prognosen und Modelle auf einen Schlag irrelevant werden. Auf jeden Fall gibt es für mich gerade 1.000 Gründe, für die nächsten Monate und vor allem für 2025 extrem bullisch zu sein. Ich denke, dass wir schon sehr bald über alle Maßen für unsere Geduld, die wir in letzter Zeit bewiesen haben, belohnt werden. Und das Schöne ist, dass wir dazu nichts anderes tun müssen, als uns zurücklehnen, die Show genießen und vor allem, solange der Kurs noch fünfstellig ist, weiter fleißig Satoshis stapeln. Wenn dir das Video gefallen hat und du auch in Zukunft solche Analysen und viele weitere spannende Hintergründe zu Bitcoin sehen willst, dann solltest du jetzt noch schnell den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass du nichts mehr verpasst und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.